Artikel 2 des deutschen Grundgesetzes, jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit. Ein ziemlich toller Artikel, wie ich finde, denn er heißt, dass jeder selbstbestimmt leben soll und wir als Staat dafür da sind, dass sie eben auch ein selbstbestimmtes Leben führen können. Auch toll, weil er gut umrahmt ist, dieser Artikel. Von Artikel 1 des Grundgesetzes, die Würde des Menschen ist unantastbar und Artikel 3, dass jeder vor dem Gesetz gleich ist. Auch dort steht nicht, dass es einen Unterschied zwischen den Menschen gibt, ob sie alleinerziehend sind, welche Hautfarbe sie haben, welche Religion sie haben oder eben nicht, dass eben jeder gleich ist und jeder dasselbe Recht hat, sich selbst zu entfalten. In Berlin würde man sagen, bei Artikel 2, dass alle nach ihrer Faison glücklich werden sollen. Selbstbestimmtes Leben heißt für mich, dass Judentum sichtbar ist in der Stadt, sichtbar sein kann, ohne angegriffen zu werden, dass wir, weil wir eine kleine Gemeinschaft sind, Unterstützung kriegen aus der Mehrheitsgesellschaft, wenn zum Beispiel Antisemitismus vorkommt, dass man aufsteht und etwas dagegen sagt. Selbstbestimmtes Leben für Jugendliche heißt, dass sie eine Möglichkeit haben, frei zu entscheiden, wo sie leben wollen, wie sie leben wollen, auch welchen Bildungsweg sie vielleicht einschlagen wollen. Ja, alle nach ihrer Fasson, das finde ich ein schönes Motto, aber gleichzeitig zeigt sich in Berlin auch darüber hinaus ganz klar, dass nicht jede und jeder nach seiner Fasson den eigenen Lebensweg so gestalten kann, wie er oder sie das möchte. Selbstbestimmtes Leben heißt auch, eine gleichberechtigte Teilhabe zu haben in unserer Gesellschaft, die uns leider verwehrt wird. Also der Antiziganismus, der latente Rassismus in unserer Gesellschaft, uns gegenüber, als Menschen mit Rom noch Hintergrund, ist es extrem hoch. Das heißt, dass es gesellschaftliche Rahmenbedingungen gibt, die dieses selbstbestimmte Leben ja erstmal ermöglichen müssen. Das heißt Steuergerechtigkeit, das heißt auch Gerechtigkeit, was quasi die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist, also unterstützende Bedingungen. Selbstbestimmtes Leben bedeutet für uns letztlich, dass wir die Möglichkeit haben, uns selber zu organisieren, selber Probleme auf unsere eigene Art und Weise zu lösen und eben nicht gesagt zu kriegen, okay, mach das jetzt so und so, weil das geht, wie man weiß, oft schief. Das ist vor allem an erster Stelle erstmal Selbstbestimmung. Dadurch, dass wir ein Jugendverein sind und Jugendliche erst ab einem gewissen Alter oder junge Menschen erst ab einem gewissen Alter über sich und ihren eigenen Körper und ihren Aufenthalt und ähnliches bestimmen dürfen, wäre es für uns wichtig, dass halt eben unsere queeren Jugendlichen nach ihrer Fasson glücklich werden, indem sie halt auch Rechte bekommen für sich und ihren eigenen Körper, ihre Identität selbstbestimmt und halt eben auch fremd unterstützt an dieser Stelle leben zu können. Jugendliche beispielsweise denken, naja, ich muss ja nicht auf Lehramt studieren, ich kann ja sowieso nicht als Lehrerin arbeiten. Manchmal hilft es tatsächlich einfach ein Empowerment Workshop klarzumachen, nein, das ist möglich, mach's trotzdem. Es wäre sehr gut, wenn unsere Partei hier auch nochmal selbst sich reflektiert und sich mit dem Thema Antiziganismus noch einmal auseinandersetzt, rein informell auch. Das ist ganz wichtig, um es auch zu verstehen. Wir müssen tatsächlich gerade hier in Berlin dem institutionellen Rassismus tatsächlich auch den Kampf ansagen. Wir fordern natürlich, dass in den Schulen, die Erziehung fängt ja ziemlich früh an, selbstverständlich, ob im Kindergarten oder in den Schulen, dass die Kinder aus den Migrantenfamilien nicht isoliert werden, sondern auch nicht als Sonderlinge anzusehen, sondern als Kinder Berliner Familien anzusehen, dementsprechend gleich zu behandeln, gleiche Chancen zu bieten. Und es ist, glaube ich, schon auch die zentrale Forderung, einfach, man merkt es ja an der Stadt so, wem gehört die Stadt so, wer hat einfach Anspruch auf den Raum, so geht es nur ums Wohnen, geht es ums Arbeiten, geht es ums Leben oder geht es um die Frage, wie funktioniert das gemeinsam in dieser Stadt, in diesem urbanen Kosmos, den wir haben. Und da ist es natürlich wichtig, dass wir an die Politik die Forderung stellen, diese Räume zu sichern und zu erhalten und auch dauerhaft langfristig Perspektive zu bieten. Eine Empfehlung an die Politik wäre da, dass es sozusagen eben nicht nur immer diesen Blick darauf geben kann, wie kann man vermeintlich Betroffenen helfen, sondern was können wir als Gesamtgesellschaft tun, wie können wir als Politiker und Politikerinnen auch der sogenannten Mehrheitsgesellschaft mit den Auftrag geben, hey, das liegt auch an euch. Euer Christian. Bis zum nächsten Mal.